Das Herz Ass. Irgendwas anderes hat wohl die Karten noch ausgeschlossen. Mal sehen. Was kriegen wir denn jetzt? Da haben wir den Herz König und die Herz Dame. Da hol ich mir den Herz König, da gibt es dann gleich die Combo. Okay, noch erwischt. So. Und dann gucken wir mal weiter. Herz Dame ist unten links. Das wäre dann das nächste in der Walfe. Nein, 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 nein. Verdammt. Gar nicht Herz Dame. Was war denn neun? Okay, dann holen wir den Herz Buben. Auch wenn es keine Formulation ist. Königin oder Zehn. Oder Dame. Aber ich sehe gerade gar nichts davon. Ähm. Ähm. Ja, warum ist denn jetzt ne Dame? Kommt da die? Und? Oh, den Karo König. Oh, den Karo König. Hm. Ähm. Ähm. Das ist jetzt 10. Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Jetzt kommen die zwei. Hätten die das letzte Mal aufbauen sollen. So, mal sehen. Jetzt kriegen wir ein bisschen Kombination. Ja. So schlimm. Ja. Doch. Ganz ordentlich. Mal tropfen. Zweiter. Und wieder holen wir ihn nochmal. Okay. Dann nehme ich jetzt den. Hm. Kreuzbögen. Oh Gott, jetzt hängt es hier gerade. Scheiße. Ah, Pieckbube. So. Wo ich mal Pieckbuben. Ähm. Am besten wir jetzt eben 10 und Kröne gönnen. Gucken wir mal die Kröne. Und die 10 gehe ich gerade nicht. Ich mache sonst keine korrekte Karte. Oh. Okay. Auch noch geschafft. Alles klar. Jetzt können wir da drauf noch eine Verbindung. König. König. Oder 10. Aber das ist zu gefährlich. Da sind die neuen neben dran. Und das hast du eben auch gespart. Ich glaube es war ein Stück zu früh eigentlich. Ich glaube es war ein Stück zu früh eigentlich. Okay. Oh nein. Haben wir noch die personal Karten jetzt. Ich setze mich auf die 10. 2 10. 3 Das ist gut. Der reis드� 예ist. Das ist gut. Auch mal.